Das E-Learning zur Milchkontrolle zeigt anschaulich und praxisnah, wie die betriebliche Tiergesundheit mithilfe der Euter-Gesundheitskennzahlen ihres LKV überwacht und verbessert werden kann. Wir sind zu Gast auf zwei Milchviehbetrieben. Zusammen mit Berater Uwe Beiswenger und Tierarzt Dr. Hans-Jürgen Seger vom Euter-Gesundheitsdienst zeigen uns die Betriebsleiter, wie sie mit den Kennzahlen arbeiten. Längst ist die Milchkontrolle keine reine Leistungsprüfung mehr. Monatlich erhalten Landwirte zahlreiche, unverzichtbare Informationen rund um Management und Eutergesundheit der Herde. Auf Basis der Zellzahlergebnisse der MLP werden sechs Kennzahlen berechnet, die den Eutergesundheitsstatus und dessen Entwicklung auf Herdenebene abbilden. Dadurch erhalten Landwirt, Berater und Tierarzt einen genauen Überblick über Veränderungen und Trends. Neben den aktuellen Werten werden auch immer die der Vormonate angegeben, um negative Entwicklungen schon frühzeitig zu erkennen. So kann rechtzeitig reagiert werden, bevor aus einem kleinen Problem ein schwerwiegendes wird. Die Kennzahlen helfen dabei, Problembereiche zu identifizieren. Steigt der Anteil der Tiere mit einer gestörten Eutergesundheit in einer bestimmten Gruppe, beispielsweise den Frühlaktierenden oder Trockenstehenden, wird dies auf einen Blick ersichtlich und die Ursachenforschung kann zielgerichtet erfolgen. Betriebsindividuelle Therapie- und Präventionsmaßnahmen können gemeinsam mit Hoftierarzt oder Eutergesundheitsdienst frühzeitig entwickelt, umgesetzt und mit Hilfe der Kennzahlen auf ihren Erfolg hin überprüft werden. Viel Spaß beim Anschauen und Lernen!